Hallo und willkommen zu Volume 9. Im Volume 9 möchte ich euch zeigen wie wir unsere Sandwichplatten in diesen Rahmen verklebt haben. Es gibt dazu ein Video, das ist aber leider im Handy hoch kein Format, aber ich denke das tut der Sache keinen Abbruch. Danach gibt es noch ein ganz kurzes Video und ein paar Bilder vom Versiegeln der Platten. Ja, ich denke es wird interessant. Bleibt dran und Film ab! Bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich euch kurz zeigen wie die Platten in dem Rahmen fixiert werden. Ihr seht hier oben den hinteren Teil des Rahmens und in den Ecken jeweils die Knotenbleche. In der Cut-Zeichnung hier ist das besser zu erkennen. Diese Knotenbleche haben zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, sie stabilisieren den Rahmen. Die zweite Funktion der Knotenbleche ist folgende. Die Knotenbleche sind so eingeschweißt, dass der Abstand der Knotenbleche zur vorderen Rahmenkante 64 mm ist. Exakt! Die 64 mm ergeben sich aus dem Plattenmaß 60 mm plus 4 mm dicker Flexkleber. Und damit stehen die Platten dann bündig mit der Außenkante des Rahmens. Hier seht ihr nochmal eine andere Cut-Zeichnung, wie die Platten in diese Konstruktion dann eingesetzt werden. So, aber jetzt startet das Video. Das ist der Schmapp! Absetzen! Das ist der Schmapp! So! Nicht, du hast die Runde! Komm her! Jetzt rup, komm her! So, jetzt da hin! Da, hinter euch! Also, kannst du das? Runter, runter, runter! So! Okay, eins, zwei! Hopp! Oh! Rüber! Das ist gut. jetzt kommt ich muss die ganze platte an die ganze platte muss jetzt 1 2 1 2 und okay ihr müsst jetzt halten ja einer muss hier jetzt in mir kommen ich gehe jetzt rein ich gehe jetzt rein ich bin 60 jahre Ja, genau. Genau, genau. Wie mit dem Kimmel. Wir sind mit dem großen Mercedes. Ihr müsst dann auch im Keller nachher noch ein bisschen hin? Ja, hin dürfen wir hier nicht mehr. Nee, wir sind schon richtig so. Oh! Ah ja! Okay, ich steh drauf. So. Nee. Halt! So, jetzt muss einer noch hier hochkommen. Ja, ich komm hier weiter. Haltet der? Ja, ich will. Also, wie viel ist denn bei euch da? Das passt. Bei uns ist auch so viel. Lass mich hier fest. Bei uns. Okay. Ja. Aber gut, das kommt gleich. Moment jetzt. Ich muss die Kleber erst mitmachen. Hat er hier noch Kleber drin? Ja. Eins. Zwei. Halt! Stopp, 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 stopp. Und rein! Hier her! Ja, rein da rüber! Hier her! Hier her! Was? Nee, fast nicht! Ein Stück zurück! Da hin! Wo hin? Na, wo denn hin? Nach vorne! Okay? Ja, hier sitzt du genau drin bei mir! Hier auch! Hier auch! Ja! Und unten haben wir noch einen halben Zentimeter Luft! Ja, das habe ich hier auch! Aber oben ist es nicht! Aber hier ist unten ein Spiel mit drin! Das ist nicht groß! Das ist nicht schlimm! Wir haben jetzt oben keine Luft! Und hier sitzt er so gut drin! Hier sitzt er auch gut drin! Sowas von gut! Äh... Na, der muss oben jetzt liegen! Ja, jetzt muss... Und die Lisa ist auch wieder im Krankenhaus! Ihr müsst so hoch! Weiter hoch! Weiter rüber! Ja, so! Hoch! Und schieben! Ja! Weiter! Wir sind schief! Wir sind schief! Alles klar! Wir sind schief! Ja! Erstmal durchschieben! So! Und! 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 Stopp! 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 Und jetzt! Und dann! Und jetzt! Ach! Opa, keine Fotos machen! Ich kann keine Fotos machen! Ich kann keine Fotos gebrauchen! Die Platten haben beidseitig einen umlaufenden Abstand von 5mm zum Rahmen! Dieser Hohlraum wird nicht beidseitig mit Sika Flex Klebe ausgefüllt! so sieht dann die fertige klebenaht aus und hier wird auf die klebenaht eine zweite naht gelegt die aus uv festem dichtstoff als abdichtung dient ich stehe hier auf unserer dachplatte das sind die utensilien für die vorbereitung der versiegelung unserer dachplatte ja das war es dann mit volume 9 einbau der sandwichplatten ich hoffe es war interessant ihr könnt etwas mitnehmen für euer projekt ja was gibt es noch zu sagen denkt bitte an den an den daumen oder abonniert den kanal weil es geht noch weiter mit dem ausbau unseres oder die entstehungsgeschichte unseres weltreisemobils ich hoffe ich kann noch ein paar interessante videos abliefern ansonsten würde ich mich dann erstmal verabschieden bis zum nächsten video also so Bis zum nächsten Mal.